Hey zusammen, in diesem Video wollen wir einmal schauen, auf welchem mathematischen Niveau ihr seid. Dazu habe ich drei Aufgaben mitgebracht. Eine Aufgabe entspricht ungefähr dem Niveau der siebten Klasse. Eine Aufgabe entspricht ungefähr dem Niveau der elften Klasse. Und eine Aufgabe ist so das Grundlagenniveau für ein Mathematikstudium. Also schaut gerne, auf welchem Niveau ihr seid. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wir starten direkt auch mit der Aufgabe für die siebte Klasse rein. Und zwar sollen wir hier Brüche addieren. Wir sollen also sagen, was ist das Ergebnis von 2 Drittel plus 3 Viertel. Denkt gerne selber mal drüber nach, wie ihr rangehen würdet, ob ihr einen Ansatz hättet. Ich versuche das Ganze jetzt mal zu erklären. Wichtig dabei, Brüche addieren. Wir müssen die Brüche zunächst auf denselben Nenner bringen. Der Nenner ist das, was unten quasi im Bruch steht. Oben ist der Zähler, unten ist der Nenner. Und der muss irgendwie gleich sein. Das heißt, wir müssen unsere Brüche erweitern. Wir schauen quasi uns an, welcher der kleinste gemeinsame Vielfache von 3 und 4 ist. Und das ist tatsächlich 12. Um von 3 auf 12 zu kommen, müssen wir 3 mal 4 rechnen. Das heißt, wir schreiben unten 12 und erweitern den Bruch mit 4. Bedeutet, die 2 oben im Zähler müssen wir auch mit 4 erweitern. Das bedeutet, wir müssen auch 2 mal 4 rechnen. Das sind 8. Und wir könnten es dann umgekehrt wieder kürzen auf 2 Drittel. Um von der 4 hier auf die 12 zu kommen, müssen wir die 4 mal 3 rechnen. Wir können hier unten wieder 12 schreiben. Haben die 4 mit 3 erweitert. Oben im Zähler müssen wir die 3 jetzt auch mit 3 erweitern. 3 mal 3 sind 9. Und wir könnten jetzt wieder umgekehrt sagen, hey, wenn wir 9 12 kürzen, kommen wir wieder auf 3 Viertel. Das passt also. Und jetzt haben wir unten die 12 stehen. Weil wir die Brüche jetzt addieren, können wir das schon mal übernehmen. Wir haben denselben Nenner. Den Nenner können wir also übernehmen. Und oben im Zähler addieren wir dann die beiden Zähler. Rechnen also 8 plus 9. Und jetzt können wir das noch ausrechnen. 8 plus 9, ganz einfach, ist 17. Und unten im Nenner 12. Das heißt, wir haben 17 Zwölftel oder aber ein 5 Zwölftel. Damit sind wir mit der Aufgabe für die 7. Klasse auch schon durch. Seid ihr noch mitgekommen? Wenn ja, perfekt. Wenn nein, schaut auch gerne in unsere Lernvideos zur Bruchrechnung rein. Da findet ihr alles nochmal ganz ausführlich erklärt. Und wir schauen uns jetzt die Aufgabe für die 11. Klasse an. Bei der Aufgabe für die 11. Klasse haben wir eine E-Funktion gegeben. f von x gleich e hoch 2x plus 4 minus 4 und sollen die Funktion ableiten. Wichtig dabei ist, man muss die Kettenregel kennen. Die Kettenregel bedeutet, man rechnet innere mal äußere Ableitung. Wir haben eine innere und eine äußere Funktion hierbei bei e hoch 2x plus 4. Und zwar unsere äußere Funktion ist, ich nenne die jetzt einfach mal v von x ist gleich e hoch x und v von x abgeleitet. e hoch x abgeleitet ist wieder e hoch x. Und wir haben aber auch die innere Funktion oben. Die nenne ich jetzt einfach mal w von x. Die lautet 2x plus 4. 2x plus 4 abgeleitet. w' von x ist die 4 fällt weg bei der Ableitung. Und aus 2x wird nur 2. Das bleibt übrig. Wir haben jetzt gesagt, innere mal äußere Ableitung. Bedeutet, innere Funktion abgeleitet ist 2. Also 2 mal innere Ableitung mal äußere Ableitung. Äußere Funktion ist e hoch x, abgeleitet wieder e hoch x. Und jetzt muss man auch einen Trick machen. Man darf nicht einfach e hoch x schreiben, sondern man muss in diese äußere Funktion die innere Funktion wieder einsetzen. Deswegen schreiben wir nicht e hoch x, sondern setzen die innere Funktion ein. Plus 4. Und diese minus 4 am Ende, die fällt bei der Ableitung einfach weg. Vielleicht fällt euch folgendes auf. Wir haben das jetzt so gemacht, wie man sich das quasi herleiten kann. Also über die Kettenregel. Aber man kann sich auch ganz einfach merken, wenn du eine e-Funktion hast und da oben im Exponenten irgendwas steht, dann können wir den Exponenten einfach ableiten. Also 2x plus 4 abgeleitet ist 2 und das davor schreiben und dann hat man auch seine Ableitung. Aber mit der Kettenregel funktioniert es auch ganz normal. Wie sieht es aus? War das für euch noch machbar? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir schauen uns als nächstes die Aufgabe, die Grundlagenaufgabe fürs Studium an. Bei der Aufgabe Grundlagenaufgabe fürs Studium sollen wir zeigen, dass Wurzel 2 eine irrationale Zahl ist. Wichtig dabei, ich schreibe den Beweis jetzt hier nicht formal komplett runter, sondern ich versuche einfach den Gedankengang, den man dahinter hat, wenn man so einen Beweis führt, einmal offen zu legen. Und ich hoffe, ihr kommt mit, versteht das Ganze und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir versuchen das Ganze über einen Widerspruchsbeweis zu lösen. Das bedeutet, wir sagen am Anfang, Wurzel aus 2 ist eine rationale Zahl. Wenn Wurzel aus 2 eine rationale Zahl ist, bedeutet das auch, wir können sie als Bruch darstellen aus p und q. p und q müssen dabei ganze Zahlen sein und teilerfremd. Warum teilerfremd? Es soll ein Bruch sein, der nicht weiter runtergekürzt werden kann. Als nächstes quadrieren wir jetzt beide Seiten. Haben dann da stehen, 2 ist gleich p² dividiert durch q². Und im nächsten Schritt multiplizieren wir jetzt mit q², damit wir den Bruch wegbekommen und haben dann da stehen, 2 mal q² gleich p². Das heißt, wir haben jetzt nichts gemacht, außer unsere Gleichung am Anfang. Ein bisschen umgestellt mit mathematischen Operationen, die wir auf jeden Fall durchführen dürfen. Daraus erkennen wir jetzt, dass p² eine gerade Zahl sein muss, weil wir sie durch 2 teilen können. Wir können nämlich auf beiden Seiten jetzt die Operation dividiert durch 2 machen. Dann haben wir q² gleich p² durch 2 stehen. Und da muss ja wieder eine ganze Zahl rauskommen, weil wir uns in den ganzen Zahlen bewegen. Und deswegen muss p² eine gerade Zahl sein. Wenn p² gerade ist, muss auch p gerade sein. Das bedeutet, wir können auch das Ganze hier schreiben, p² als 2 mal k zum Quadrat. Wobei unser k auch wieder eine ganze Zahl ist. Jetzt können wir das Ganze ein bisschen umstellen. Also wir haben hier wieder stehen 2q² gleich 2k². Das heißt, wir haben hier 4k² stehen. Und jetzt können wir noch dividiert durch 2 rechnen. Haben dann da stehen q² gleich 2k². Daraus können wir auch erkennen, dass q² eine gerade Zahl sein muss, weil wir sie durch 2 teilen können, weil wir uns ja in den ganzen Zahlen bewegen. Und das bedeutet auch wiederum, dass q eine gerade Zahl sein muss. Was haben wir jetzt also gezeigt? Wir haben gezeigt, dass q, p gerade Zahlen sind. Und damit haben wir unseren Widerspruch gefunden. Warum? Wir haben am Anfang gesagt, als Widerspruchsbeweis, Wurzel aus 2 ist eine rationale Zahl. Und wir können Wurzel aus 2 schreiben als p durch q, wobei p und q teilerfremd sind. Das bedeutet, sie haben nicht denselben Teiler. Jetzt haben wir das Ganze durchbewiesen und haben dann aber gleichzeitig gezeigt, dass q und p beides gerade Zahlen sind. Wenn es beides gerade Zahlen sind, sind sie nicht teilerfremd, weil beide durch 2 teilbar sind, haben nämlich denselben Teiler, sind nicht teilerfremd. Deswegen haben wir einen Widerspruch gezeigt. Bedeutet, wir können nicht annehmen, dass Wurzel 2 eine rationale Zahl ist. Und deswegen ist es eine irrationale Zahl. Okay, super. Ich hoffe, euch hat der ganze Beweis gefallen. Ihr konntet das Ganze so ein bisschen nachvollziehen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über ein Like, ein Abo und insbesondere auch über einen Kommentar freuen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Videos ihr euch auf diesem Kanal zukünftig wünscht. Bis dahin, macht's gut. Mathe kann jeder. Wir wollen es beweisen.